Ein moderner landwirtschaftlicher Betrieb zum Anfassen. Unser Langwiedhof in Mehring ist ein Familienbetrieb und wird bereits in sechster Generation bewirtschaftet. Zu unseren Schwerpunkten gehört der Ackerbau, die Energieproduktion, das Lohnunternehmen und der Erlebnisbauernhof mit Reitschule. Mit innovativen Ideen versuchen wir täglich unseren eigenen Betrieb weiterzuentwickeln. Von der Aussaat bis zur Ernte steht ein nachhaltiger und im Einklang mit der Natur abgestimmter Ackerbau, der das Bodenleben und die Artenvielfalt fördert. Modernste Hacktechnik und der Anbau durchwachsender Sylphie und Phacelia leisten ihren Beitrag dazu. Der Zwischenfruchtanbau hält Nährstoffe im Boden, verhindert Erosion und bietet Rückzugsmöglichkeiten für Wildtiere. Für eine ausgeglichene Fruchtfolge werden auf unseren Feldern Weizen, Tritikale, Zuckerrüben und Mais angebaut. Ein bedeutender Schritt für den Langwiedhof war der Einstieg in die Produktion von erneuerbarer Energie. Das Lechfeld liefert die Rohstoffe für unsere Biogasanlage. Im Herbst wird die Biomasse geerntet und im Anschluss in einem Fahrsilo einsiliert. Noch Monate nach der Ernte wird diese Silage in den Behältern der Biogasanlage vergoren und in Methan umgewandelt. Diese Energie ist CO2-neutral und liefert Strom für viele hundert Haushalte. Über ein Fernwärmenetz werden zudem ein Schulkomplex und Vereinsheime beheizt. Mit unserem Lohnunternehmen sind wir im Auftrag anderer Landwirte tätig. In den Wintermonaten ist unser Team täglich im Einsatz, um die am Feldrand gelagerten Zuckerrüben vor Umwelteinflüssen wie Frost und Regen zu schützen. Mit Vlies werden die Rüben maschinell abgedeckt, bevor sie ins Zuckerwerk transportiert werden. Landwirtschaft zum Anfassen. Damit wollen wir für ein besseres Miteinander zwischen Bevölkerung und Landwirten eintreten und für mehr Verständnis für die heutige Agrarwirtschaft werben. Grüne Energie, nachhaltiges Wirtschaften und das Denken in Kreisläufen sind uns wichtige Anliegen, welche auf unserem Erlebnisbauernhof den Besuchergruppen und Kindern nähergebracht werden. Sehen, Riechen, Fühlen, Helfen. Für Kinder ist unser Erlebnishof ein kleines Paradies. Hier können kleine und große Kinder Neues entdecken, Verantwortung übernehmen, dazulernen oder sich einfach in der Natur austoben. Durch unseren Reitunterricht möchten wir Kinder mit Pferden stark machen und Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Motorik und vorausschauendes Handeln fördern. Wunderschön gelegen in den grünen Auen am Rande von Mehring bietet unser Hof viel Platz für ausgelassenes Spielen, Wandern, Reiten und Entdecken. Langweilig wird es auf dem Langwiedhof nie. Ackerbau, Energieproduktion, das Lohnunternehmen und unser Erlebnisbauernhof halten uns das ganze Jahr auf Trab. Wir sind die Familie Scherer und wir bewirtschaften den Langwiedhof. Bis zum nächsten Mal.